Ich krieg Kühldruck in die Kalkleiste Runde 1, wie mies ist das? Du bekommst das Beste, was das BRC zu bieten hat Spoiler für die Fans, deine Runde ist für nah Stell dir wie die Gegend frame, doch bitte einfach auf Privat Erklär uns mal, wie kannst du dich als Protoktiv bezeichnen? Wenn du's nicht mal packst, die Quali als Exclusive einzureichen Mach du weiter ein, auf die andere Streit ist ab, aber es sagt jeder Auch auf Youtube kann man's lesen, Janik's ohne Sprachfehler Er nennt sich Wasserstoff, wie treffen das der Rest, denn du bist überall präsent Und trotzdem kriegt dich keiner mit, du Bitch Zeigst, dass du gut im Verlieren bist und ich zeige dir, was ein doper MC ist Ich verticke Rick und stehe damit unter Tatverdacht Du bist nur ein Staatsfeind, wenn du Viaspa auf Barzah machst Glaub du ruhig weiter, dass ich Angst vor dieser Paarung hab Deine Fresse will ich sehen, nachdem ich dich geschlagen hab Ey du riesiger Idiot, ich hab da mal ne Frage, wieso machst du ne Verlosung so Du hast Niete in Person, wirst von der Bildreihe Supporte dir Bekanntheit zuwachst Doch nicht als Rapper, sondern virtueller Trump-Computer Und ohne WC, du bist so dünn, du stehst in einem Mikrofonständer im Totenwinkel Doch der zerbrechliche Reizfasste, ey ist gefragt wie in den letzten Wochen Heizungen Du hast kein Wort, ob das Juni und reißt wohl trotzdem was ein Obwohl dein Videomensch schon nichts von seiner Teilnahme weiß Was soll der kuriose Scheiß, ist das ein Fall für die X-Akten? Anstatt rum zu eiern, sag doch einfach, du willst mitmachen Ja, nein, vielleicht du bist ein rückartloser Fan Abloser, meinungsloser Spinner, der sein Defizit vertränkt hat Ich glaube, wenn man bei Rapmann von einem nicht verordneten Hype spricht Dann selber nicht mal Fan oder irgendwie Gehyped ist Als wenn du sagst, ich bin Pop oder Marsch Dann ist das kein krasser Funk, sondern Doppelmoral Auf der Technik von Beikose stellt dir selber die Beine Ey, denn der Maximum an Technik sind drei silbige Reime Mit Papa kreischt und dir begeistern und der Beste von dir ist Du siehst keine Sonne, als wäre es ne Sonnenfinsternis Vergleiche werden um die Ecke gedacht Doch der, was loskommt, der hat sich mal um die Ecke geschacht Ey, du riesiger Idiot, ich hab da mal ne Frage Wieso machst du ne Verlosung so als Niete in Person? Wird von der Bildreihe Supporte der Bekanntheit zuwachst Doch nicht als Rapper, sondern virtueller Trump-Computer Und ohne Witz, ey, du bist so dünn Du stehst in einem Mikrofonständer im toten Winkel Doch der zerbrechliche Reizwasser ist gefragt wie in den letzten Wochen Heizungen Doch der zerbrechliche Reizwasser ist gefragt wie in den letzten Wochen Heizungen